Sei glücklich da, wo du gerade bist. Diesen Erfolgstipp hat mir Schauspieler TJ Fein mitgegeben und darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag. Nämlich den Punkt zu sagen, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ist es nicht. Nimm einfach mal einen Ball, wenn du im Freibad oder im Hallenbad bist, und drück den unter Wasser. Und guck mal, wie lange sich das gut anfühlt. Das wird nicht lange gut gehen, weil der Gegendruck ist da. Und das ist, was Menschen eben tun. Sie sagen, ich möchte immer anders sein, woanders sein. Und sie nehmen den Ball nicht an, wie er ist, und lassen ihn hochpoppen und sagen, es passt so. Was du tun kannst, damit du deinen Ball endlich hochpoppen lassen kannst, und wie du damit dein Leben erfolgreicher und glücklicher machst, das und noch viel mehr gibt es unter www.normen-graeter.com. In meinem Blog viel Spaß beim Lesen.